Ja, ich weiß, es ist einfach zu warm zum Backen, aber ich habe Hunger auf Süßes. Deshalb backe ich tolle Muffins, die zu diesem Wetter passen, nämlich Zitrone, Blaubeermuffins. Richtig schön fruchtig, frisch, nicht zu süß, nicht zu schwer und super leicht zum Herstellen oder zum Nachmachen. Ihr benötigt nur eine Handvoll Zutaten und wie man sie herstellt, zeige ich euch jetzt. Viel Freude beim Videoschauen. Als allererstes, also bevor wir anfangen, die Zutaten zu vermengen und in die Schüssel zu geben, heizt ihr bitte den Ofen vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann könnt ihr sehen, ich habe schon mein Mehl oder meine Mehlmischung in der Schüssel, 300 Gramm davon. Verwendet ihr Weizemehl, könnt ihr auch 320 Gramm verwenden. Da ich ein glutenfreies Mehl verwende und dieses sehr viel Feuchtigkeit aufsaugt, verwende ich nur 300 Gramm. Weiter geht es mit den restlichen trockenen Zutaten. Das wären 220 Gramm Zuckersatz oder Zucker. Wer es süßer haben möchte, kann auch bis zu 250 Gramm hochgehen. Ich finde aber 220 Gramm ganz angenehm. Es ist süß, aber nicht zu süß. Außerdem folgt ein komplettes Päckchen Backpulver. Hier sind 15,5 Gramm drin. Die trockenen Zutaten verrühren wir einmal kurz. Ich verwende dafür einfach ein Schneebesen. Und dann kommen unsere flüssigen Zutaten hinzu. Diese wären frischer Zitronensaft aus zwei Zitronen gepresst und die Schale einer Zitrone. Ich weiß gar nicht, ob ihr es so gut sehen könnt. Vielleicht, wenn ich es reinschütte. Ja, da hat man die Zitronenschale gesehen. Wenn die Zitronen bei euch klein sein sollten, könnt ihr natürlich auch drei verwenden. Ihr solltet aber mindestens 80 Gramm Zitronensaft haben. Außerdem benötigen wir 200 Gramm Mandelmilch. Ihr könnt auch Reis trinken, Hafermilch oder eine andere eurer Alternativen verwenden. 120 Gramm Öl. Ein neutrales Öl. Und wenn ihr aktuell kein Öl bekommen solltet, da es ein bisschen schwer ist, könnt ihr natürlich auch geschmolzene Margarine verwenden. Ungefähr 150 Gramm davon. Nun müssen wir uns ranhalten. Wir müssen das Ganze schnell verrühren. Aber wir brauchen ja noch Blaubeeren. Hier sind 200 Gramm. Ich gebe nur ungefähr zwei Drittel von den Blaubeeren in den Teig. Denn ein paar Blaubeeren hebe ich mir auf, um sie später auf die Muffins zu geben. Bevor sie gebacken sind natürlich. Nun zügig umrühren. Das könnt ihr entweder in der Küchenmaschine machen oder ganz einfach mit so einem Teigspatel, wie ich es jetzt mache. Dauert keine zwei Minuten. Geht recht rucki zucki. Ich empfinde es meistens nerviger, wenn ich dann noch von meinem Mixer oder von einem Thermomix alles sauber machen muss. So eine Schüssel geht einfach sehr schnell zum Abwaschen. Deswegen rühre ich das mit der Hand. Schaut ordentlich am Boden. Hier klebt nämlich meistens ein bisschen Mehl, damit wir das auch noch gut erwischen und schön in den Teig rühren. Deswegen ordentlich am Boden mal lang schaben. Solltet ihr es, wie ich, mit der Hand rühren. In der Küchenmaschine müsstet ihr theoretisch nicht mehr nachschaben. Und solltet ihr nachschaben, dann ist wahrscheinlich die Küchenmaschine nicht ganz so gut. Denn eine Küchenmaschine sollte so einen kleinen, einfachen Teig einfach gut verrühren. Es ist ja kein schwerer Brotteig, sondern ein ganz einfacher Muffinteig. Ihr könnt sehen, der Teig sieht jetzt schon sehr fluffig, locker, leicht aus. Was daran liegt, dass wir natürlich Backpulver und Zitrone drin haben und diese beiden zusammen reagieren. Und natürlich, da ich Öl verwendet habe, Öl ist zwar ein Fett, aber im Gegensatz zu Margarine lässt dieses Fett nicht nochmal Wasser raus, wodurch wir eine schöne, fluffige Masse erhalten. Aber wie gesagt, auch die Margarine ist eine super Notlösung, wenn ihr Lust habt auf Muffins und ihr kein Öl mehr bekommen könnt oder es einfach so teuer ist, dass man sich fünfmal überlegt, ob man dieses jetzt einfach zum Backen in den Teig gibt. Der Teig ist fertig. Jetzt brauchen wir unsere Muffinförmchen oder unser Muffinblech. Hier habe ich schon mal eine Form. Und hier die andere. Ihr könnt sehen, meine sind nass. Ich habe sie nämlich mit kaltem Wasser ausgespült. Das mache ich immer vor dem Verwenden. Da manchmal, wie gerade hier am Rand, einfach ein paar Krümel hängen bleiben. Ist nicht so nett, ist nicht so schön. Diese Formen sind aber mindestens 33 Jahre alt. Also älter ist ich. Wodurch es ihnen verziehen ist, wenn mal ein Krümel dran hängt. Was ich nur kurz mache, damit meine Muffinförmchen, die ich gleich reingebe, nicht nass werden, einfach kurz innen, wo die Form reinkommt, mal mit dem Geschirrtuch alles trocknen. Als Mama von drei Kindern habe ich natürlich viele, viele Muffinförmchen. Das ist jetzt wirklich nur ein Prozent von denen, die ich habe. Habe mich aber heute entschieden, da es so schönes Wetter ist, dass ich solche verwende. Diese sehen einfach wunderschön aus und werden auch ganz normal in die Muffinform gestellt. Ich glaube, die heißen sogar Tulpenförmchen. Ich schaue das nochmal nach, wie die Förmchen heißen und schreibe es dann einfach bei den Zutaten dazu. Ich weiß gar nicht, wo ich meine mal gekauft habe. Auf jeden Fall finde ich sie sehr hübsch. Es sieht halt auch einfach, wie ich finde, edler aus, ein Muffin in dieser Form zu essen, als in dieser. Aber auch das geht natürlich. Das ist wirklich nur etwas fürs Auge und nicht für den Geschmack. Ich habe ganz kurz für euch die Perspektive gewechselt. So kann ich besser arbeiten, als wenn ich über der Kamera den Teig in die Förmchen gebe. Ihr nehmt euch dann etwas, ein Löffel, ein Eislöffel, nehmt eine große Portion Teig und gebt sie in euer Förmchen. Und wenn ihr möchtet, natürlich noch einen zweiten Löffel voll. Je nachdem, wie hoch die Form ist. Hier in diese Förmchen passen problemlos zwei Eislöffel Teig rein, beziehungsweise eineinhalb. Im Teil bleibt immer noch kleben. Dann geht es gleich weiter. Ich streue noch zwei, drei, vier Blaubeeren drauf und fülle die restlichen Förmchen. Solltet ihr jemand im Hintergrund hören, ich hatte wunderbare Hilfe beim Blaubeeren auf die Muffins streuen. Solltet ihr diese Standardform verwenden, bekommt ihr ungefähr 20 Muffins raus. Ich habe jetzt mit den großen Förmchen genau 12 rausbekommen. Bitte, bevor sie gleich in den vorgeheizten Ofen wandern, einmal kurz aufklopfen. Das machen wir einfach nur, damit Luftblasen, die vielleicht unten im Teig sind, hochsteigen können und dadurch der Teig schön fluffig wird. Auch natürlich mit dem anderen Blech. Und da der Ofen ja schon auf 180 Grad vorgewärmt wurde oder aufgeheizt wurde, wie am Anfang erwähnt, können wir gleich die Förmchen hineingeben. Die Muffins werden für 18 bis 22 Minuten gebacken, bis sie eine schöne Farbe bekommen haben, etwas aufgegangen sind und natürlich nicht mehr roh innen sind. Sind eure Muffins fertig gebacken, sind sie noch sehr heiß, aber schon ordentlich formstabil, nehmt sie aus dem Ofen und lasst sie noch eine Weile abkühlen, mindestens 15 Minuten. Könnt sie aber natürlich auch vollständig erkalten lassen. Und fertig sind auch schon die Muffins zum Verspeisen. Ich hoffe, euch gefallen sie so gut wie mir. Ich finde sie wirklich super lecker und bei uns werden sie im Sommer regelmäßig gebacken. Gerne könnt ihr natürlich auch die Zutaten erweitern, wie zum Beispiel klein gehackte weiße Schokolade mit in den Teig geben. Schmeckt auch sehr gut, macht das Ganze aber natürlich wieder ein bisschen süßer und schwerer. Deswegen lasse ich sie meistens so. Kommen gut bei Kindern an und bei Erwachsenen. Ihr könnt sie blank servieren, also so wie sie sind oder mit bisschen Staubzucker oder Staubzuckerersatz bestreuen. Das ist ganz euch überlassen. Nun wünsche ich euch viel Freude beim Nachbacken, ein schönes Geschmackserlebnis und freue mich, euch im nächsten Video begrüßen zu können. Bis dann. Tschüss.